Um sich einen Igel zu halten, braucht man zunächst einen Käfig, der mindestens 125 cm lang und 60 cm breit ist. Je größer, desto besser. Lege Zeitungspapier am Boden des Käfigs aus und setze einen Rückzugsort in den Käfig, in dem sich der Igel verstecken und in Ruhe schlafen kann. Außerdem braucht ein Igel Streumaterial, eine Wasserflasche und Fressnäpfe in seinem Käfig. Setze noch einige Spielzeuge wie Bälle, Tunnel und Rampen hinein, damit das Tier klettern kann. Ein Hamsterrad sorgt dafür, dass der Igel genügend Bewegung bekommt. Füttere deinen Igel täglich mit Trockenfutter und ergänze es zusätzlich mit Insekten, Obst und Gemüse. Säubere den Käfig täglich von Exkrementen und Essensresten und erneuere das Wasser. Der Käfig sollte außerdem mit warmem Seifenwasser gereinigt werden und einmal in der Woche sollte die Papierlage erneuert werden. Sollte den K systecken. Sollte 1989